Moin und herzlich willkommen, ich bin Gerrit, der Gründer und Geschäftsführer von Performance Pixel und in diesem Vortrag geht es um die Schnittstellen zwischen deinen Ads auf Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok und Co. und deinem Shop. Das heißt, wir schauen uns an, welche Faktoren sind erfolgsführend in den Werbeanzeigen, aber auch in den Shops und vielleicht auch, welche Erfolgsfaktoren kann ich mir jeweils aus dem Shop oder aus den Ads für die jeweils andere Schnittstelle ableiten und ich gebe euch natürlich ganz viele Beispiele an die Hand, wie Werbeanzeigen im Jahr 2022 überhaupt aussehen müssen, wie Setups überhaupt strukturiert werden müssen, wie man Kratos testet, damit wir super guten Traffic in die Shops bekommen, der am Ende auch performen kann und natürlich der dann auch dafür sorgt, dass die richtigen Leute in eure Shops kommen, die am Ende auch die Produkte kaufen und dass wir sie halt auch auf der richtigen Stelle mit der richtigen Information abholen, sodass die Käufer auch eine gewisse Qualität aufweisen können und natürlich auch dann am Ende über die Schnittstelle in den Shop auch weiter da abgeholt werden, wo sie mit dem Creative aufgehört haben. All das erfahrt ihr in meinem Vortrag, viel Spaß dabei, wir sehen uns gleich, ciao!